Anbox-Nibioten hier, ja, iPad, ja, demnach läuft das ja, 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 das war halt eigentlich ein Paket-Ding aufgeschnitten, aber ja, mal bitte, das ist der hier. Das ist doch ein bisschen blöd, wegen Miete-Verkauf-Ding, aber fuck it, man. Und wir haben die mit diesem Schokobild, oder? Ich dachte, ich habe mir das iPad Air 2 geholt. Oh ja, trotzdem, da steht es. Das ist so an hinten, da hinten steht iPad Air 2. Andererseits steht iPad Air, da waren sie gut zu voll, oder? Da können sie wieder 10, 20 Visionen haben, was weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Nee, geht kein Stück, ich lese mal vor. iPad Air 2, Wi-Fi, 16 Gigabyte, Space Gray. Das ist iPad Air in California, assembled in China, in China, aber Items has walked in there, in the middle A, 5, 16, 6. Okay, dann pack ich die Scheißen mal aus, ne? Da muss man vorsichtig sein. Ich darf nicht zu post die Runde schon rumgehen. Sehr schön. Okay, da ist das Messer, die nicht meine Füße, weil das ist echt scheiß. Wenn man mal eine Hand hat. Da bräuchte ich jetzt so eine scheiß GoPro-Scheiße da. Ich hab keinen Bock, dass ein Unfall passiert. Deswegen lieber keine GoPro. Ich stehe mal vorsichtig entlang. Keine Wehne rein. Nicht zu stark in der Verpackung. Ja, dann würde ich die Blinge noch benutzen. Sehr schön. An dem Bastard-Streifen entlang. Und dann soll es auf sein. Ich werde jetzt nicht zu fest. Aber nicht zu leicht, oder? Aber ich muss trotzdem noch aufreißen. Fick dich doch. Fick dich doch. Alter. Komm, renne mit der Scheiße. Los, mein Pen. Ich hab schon wieder fast zu. Ja, nix, direkt weg. Boah. Die Pflanze war so ein Bogen, ne? Nee. Da sehen wir den Bastard noch mal ohnehin. Ich mach mal eben das Cover-Ding da weg. Boah, die ganze Kram. Geh schon. Sehr schön. Äh, jo. Vagum hier so. Alles der Bastard. Ich hab dir ehrlich gesagt sehr viel größer vorgestellt. Aber ich schätze mal, ich hab seichte 450 Euro Neuwert gezahlt. Da ist es kein Wunder, dass ich da so ein kleines Lecks-Ding erhalte, ne? Okay, nicht weiter beschwerden. Nicht ohne beschwerden. Alles cool. Ich nehme Bastard da raus. Sehr schön. Euch in der Hand. Okay, ist irgendwie... ...das Gewicht. Okay. Ist jetzt nicht gerade leicht. Ist jetzt nicht ganz schwer. Ja, es ist halt ein bisschen schwerer als ne vierte Tafel Schokolade. Und man merkt schon, dass so ein bisschen Metall und so ein Scheiße drin ist. Okay. Dann in diesem Badenschweißen Design natürlich. Äh, die Anleitung mit so einem komischen Sticker-Ding drin. Dann so ein... Äh... Auflaufen-USB-Kabel. Was sehr seltsam ist, weil... Was will ich damit? Ich kann es ja nicht mit einem PC verbinden. Das macht keinen Sinn. Was sieht es dadurch aus? Theoretisch... Theoretisch, äh... Könntest du sagen, wenn du... Aber es geht damit nicht, okay? Wenn ich dann da... Okay, iTunes-Scheiße habe ich gehört. Okay, irgendwie, aber das war es dann. Okay, das Ladekabel-Ding. Video. Ladefolie hier drauf. Echt fürs... Einerseits will ich neue Bewaren. Andererseits will ich jetzt Texte, muss ich nutzen. Und wo die Folie bei Irgendwett abmachen. Ah, das kommt zum Sagen. Mit so einer Tasche. Das ist eigentlich jetzt nicht zu viel, nicht zu wenig. Da war die Losche da vor. Wo es mir scheint dann so ausziehen bei dem Ding hier. Ja? Wie ist das? Sehr schön. Ah, dann lassen wir mal... Das da unten noch. Ja, praktisch. Einmal mal so, natürlich. Alter, 2016. Wave-Wave-Style-Wand. Ich hab... Das blieb. Sieht mich? Ja. Da kann man farziale Expressionen erkennen. Scheiß, wie war ich das? Ich glaub, das geht nicht. Man sieht sehr schön die Denklampe. Und hier so Zimmer und alles. Und... Ich hab mir das Kommunismus. Irgendwie klaut der Witz. Okay. Dann, äh... Jetzt ist alles weiße. Andererseits ist es dann hier wiederum schwarz. Das weiß ich nicht. Okay. Okay. Lautsteckentaste. Standby-Taste. Lightning. Anschluss-Horn-Taste. Tatscheid. So. Oh, der Anschluss kann leuchten. Oh, krass. Willkommen beim iPad Air. Also mein entscheidendes iPad Air. Drücken Sie die Standby-Taste einig Sekunden und folgen Sie da. Und auf dem Bildschirm gezeigte Anleitung zum Computer des iPad Air. Weitere Informationen, bla bla bla. Anleitung, Informationen, iPad-Benutzeranbuch, Support. Vorab, ich bin ja in dieser YouTube-Continent-Nazi-Sperre drin. Und deswegen wird das hier das 10-Minuten-Ding und dann nochmal 10-Minuten-Ding und dann nochmal. Keine Ahnung, wie farz das werden, weil ich tue gerade in Echtzeit reacken. Und das ist so. Scheiß auf die Schnitten. Scheiß auf die verfügsten Schnitte. Was zur, nochmal dieselbe Karte. Aber im Serbisch. Redni-Konjektur. Deutsch-ID. Proči. Pročeni. Ja, nochmal Polnisch. Dann haben wir jetzt nochmal irgendeine Behandlung. Das ist sehr osteuropäische Sprachen. Einzelkunde ist bestimmt Russisch. Aber kein Französisch oder Spanisch. Das ist sehr interessant. In Deutsch und da haben wir die zwei Seiten. Okay, hinten steht ja der andere Müll drauf. Dann natürlich nochmal Informations. iPad-Info. Wir sind anschnüffelt. Oh, das riecht ganz komisch. Das riecht noch sehr komisch. Was steht da? Lesen Sie. Sicherheitsschutz. Halbverentschein. Richtig. HF-Energy. Darf nur von Apple Autonomous & Servicepartner ausgetauscht werden. Sie muss recycelt, getrennt, hausmitsaucht werden. Vermeint von Hörschäden. Dort stecke nichts hoch. Einjährige, beschränkte Apple-Garantie zusammenfassen. Kaufst du eine Garantie, dass du das Albelprodukt auszuhörten Material herstellt findet? Okay, also ich habe eine beschränkte einjährige Garantie. Garantie, was mit beschränkt gemeint ist. Bestimmt sowas wie wir haben einfach keinen Bock zu zahlen wieder. Sehr schön. Super, nochmal. Erlöse Sticker. Ganz krass. Ich würde gerne implementen, aber ich würde den Scheiß-Timmer noch mal verkocken, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass der Sticker liegt. Okay, dann mal ein bisschen. Fuck. Und wie sind wir beim Scheiß da drunter? Das Bild ist ein Ausrufezeichen, das hat Steve Jobs bestimmt bedacht und alles. Er ist also so super smart und die ganze Scheiße. Oh Gott. Ich meine jetzt mal stopp für nächstes Video, wo ich zeige, hier ist irgendwie so Kartonage-Zeugs hier. Das habe ich heute raus. Das ist der Unterteil der Box. Hier sieht man. Blablabla. Das ist der Scheiß da drunter. Das ist der Scheiß da drunter. Fuck, jung. Einhändige Kruppmotoriker mit. Fuck, ich will nicht. Fick dich doch. Okay. Jetzt werden wir. Ich muss da rein. Das ist der Scheiß da drunter. Das geht aber aus der Freienbranche. Und sonst gibt es Blügel. Aber ich habe auch die Blügel. Ja, ja. Abonniert. Vielen Dank. Vielen Dank.